hallo mein lieben herzlich willkommen hier ist wieder euer heims mit einer neuen folge an und verkaufschnäppchen nicht oder schnapp ich weiß gar nicht mehr wie es hieß schon zu lange her ja da ihr flohmärkte nicht mehr sind ja war ich mal wieder vorne in unserem anderen verkauf mit gesichtslappen aber das ging gerade so ging erladen wo ich nicht falsch war gleich früh dort wo ich aufmachte und dann konnte man noch in ruhe in ruhe schränke hoch und runter stöbern und da habe ich ein bisserl was habe ich da ein bisserl was gekauft ja ein bisserl was gekauft und zwar spiele diesmal keine dvd einfach nur bin mal durch den spieleschrank durch der hat auch gedacht ich habe ein bisschen krempelt von meinem flugzeug ganz verkaufen habe ich mir gedacht hole ich mir mal was hast du das ist ja zu hause und zwar habe ich mir geholt Sherlock Holmes The Devil's Daughter ja das Teufels Tochter das Detektivspiel ja die PS4 leider habe ich hier habe ich nicht richtig hingeguckt hier Cover ins Cover aber aber bezahlt habe ich 10 Euro also habe ein bisserl was ausgegeben habe ich schon aber sonst das spiel ist noch im super zustand super zustand so wie machen wir das heute ein bisserl was hinlegen ich muss mal ein bisserl gucken so dann gab es Need for Speed Heat auch für die PS4 wollte ich ja schon lange haben habe ich einen 2 nicht hingelegt also ein bisserl teuer nicht mehr so teuer nicht mehr so teuer äh bei Ebay teurer und wie gesagt das kam ja mal was 5,6 als das rauskam oder fast 70 wo ich das unbedingt haben wollte jetzt sind wir schon bei 20 also wenn ich noch ein bisserl warten würde wäre es wahrscheinlich billiger dann gab es Resident Evil 7 Biohesser die Reihe wollte ich auch noch mal ein bisserl vollständig haben leider dass die Hülle hier ein bisserl beschädigt was habe ich denn da für ein 10er da hat es mal rund gemacht da ein 10er ja ich habe nie allen Flirrmark krempelt noch ein paar Euro war noch übrig vom Kredit super Zustand ich sage euch dann den Haufen habe ich auf jeden Fall ganz schön gespielt ich habe es dann mal geguckt das hat die Dinge ja auch bei Ebay im Beobachten wo sind wir denn hier wo sind wir denn hier sehen wir es noch hat ja auch die Dinge bei Ebay im Beobachten dann gab es noch nie Resident Evil Revelations also Resident Evil 2 Revelations also nie das Remake sondern ups sondern der Originale sozusagen noch das war ja das auf der Gefängnisinsel oder so aber hier ist eben die Hülle leider auch nicht schön das Cover ist alles so abgemetzt und abgegriffen beklebt vom Obozen 10er war auch billiger wie bei Ebay auch billiger wie bei Ebay ja dann Resident Evil 2 Remake und zwar habe ich das hier mit der Hülle ich weiß nicht ob man sieht hier wo das wechselt wo beide drauf sind sieht man das weil ich kann die Kamera mit der Laserbrille soweit schlecht sehen habe ich so gekriegt dazu also was heißt dazu und das habe ich auch für ein Zwanni das kommt auch für ein Zwanni ich mache jetzt mal ein bisschen die Preise rein damit ich mal weiß was man so mal dafür bezahlt ist ja wirklich noch super Zustand alles ob ich spiele keine Ahnung wie gesagt wenn ich mich weiter so anstelle wie bei The Evil Within dann das ist schwierig nee da wird es ja jetzt spoilern das geht ja nicht das geht nicht dann habe ich mir nochmal geholt Need for Speed von 2015 weil das hatte ich schon mal und dann habe ich es doch wieder verkauft und das habe ich aber jetzt geholt während der Vollständigkeit auch von 10er weil das kostet so hoch und runter rüber und rüber überall Nachteil ist eben dass das wirklich nur dann online spielen kannst immer wenn du verbunden bist ob das gut ist und wie lange sie es machen wenn sie das dann auch so machen wie bei Need for Speed World wo dann einfach abgeschalten wird und man hat da Kohle bezahlt also find ich da nicht so prickelnd deswegen war ich da immer am überlegen das ist eben naja für mich gehört es zur Sammlung weil ich eben einfach die Need for Speed Teile alle haben möchte dann gab es nochmal für die PS2 die Sims 2 Haustiere für 5 Euro habe ich dafür bezahlt noch alles drum und dran noch alles schick habe ich mir gedacht das musst du einfach mitnehmen okay hier sieht man ja schon gar nichts mehr du hier sieht man ja schon gar nichts mehr hier hinten das musst du ein bisschen hier hinterlegen du hier habe ich den Kammer heute schlecht eingestellt und dann gab es noch Harry Potter und der Feuergeld für die PS2 keine Ahnung was man mit den Spielen machen muss das Gamesfreak der Videoshop du aha Sachsenforum so was auch für 5 Euro sieht aus wie eine Miet wie Vermiet hat ein paar kleine Kratzer hat es drauf mal gucken ob es spielt das habe ich jetzt noch nie ausprobiert muss ich mal ausprobieren auf meiner PS2 was das ist wenn man für das Spiel ist wenn man vielleicht dann auch mal ein Let's Play draus macht nicht keine Ahnung weil die Qualität ist allerdings dann nicht mehr so toll ich habe zwar mal ausprobiert da gibt es ja hier so ein so ein Programm wo man die Spiele auf dem Computer das läuft unter Linux nicht so richtig der Ton kratzt und dann selbst wenn man das alles mit Kantenklettung dann läuft es irgendwie gar nicht mehr so richtig ich habe es noch nicht rausgefunden das alles funktionieren sollte ja hier können wir noch ein bisschen ein bisschen so Degon kennen wir noch ja meine Lieben das war das aus dem anderen Verkauf und ich muss euch sagen wenn ich die alle also gut die zwei hat es natürlich nicht bei Ebay beobachten die gab es so aber bei denen hatte ich mal geguckt wenn ich sie also alle bei Ebay geholt hätte hätte ich 30 Euro mehr bezahlt als dort vorne da habe ich schon auch nicht schlecht geguckt also deswegen werde ich für die nächsten Spiele also werde ich mal wieder vorgehen ob es nur noch mal diesen Monat wird weiß ich nicht ich habe noch ein paar gesehen die habe ich schon doch liegen aber schon zu Hause da fehlt noch Need for Speed to Arrivals oder Revolts oder Revolts oder wie das ausgesprochen wird das habe ich auch noch nie das lag das habe ich liegen lassen weil ich dachte ich hätte es schon oder so bei Ebay ist es teurer da habe ich es für 17 Euro gefunden das muss alles nicht so sein wie gesagt ich lege mir jetzt den PS4 Spielen zu weil wenn die mit der PS5 kompatibel sind ist mir das lieber und habe angefangen an PS3 Spielen umzutauschen ja und mal gucken ob ich mich PS5 überhaupt hole weil die Spiele die Sätze zu bieten haben das ist nix um mich naja apropos Ebay wenn wir die Leute dabei sind weil da muss ich ja nicht noch eine extra Folge machen habe ich auch noch was bei Ebay gefunden und geholt ja und da sind wir gleich beim Thema weil ich sage ich traue ich PS3 Spiele gegen PS4 habe ich ja die Walking Dead die erste Staffel ja die hatte ich für die PS3 habe ich momentan bei Ebay jetzt wieder drin stehen zum Verkaufen an der PS3 sieht man noch ein bisschen was verkauft natürlich habe ich sie mir jetzt für die PS4 geholt auch super Zustand habe ich bezahlt und auch fast ein 20 mit Versand aber es gibt es ja im Uni immer so wie ich es gerade hätte dann gab es was natürlich selten ist wieder für die PS3 also ich hole für die PS3 schon noch Spiele nämlich die die es für die PS4 nie gibt und die die man trotzdem gerne haben möchte BRC4 das habe ich zwar für die PS2 da aber wie gesagt ich habe die ja mal hier angehangen und mal versucht die Rennspiele das kann man nicht bringen das geht nie dann als Let's Play weil der PS3 wenn die dann schon so ausgelegt sind dann geht das ein bisschen besser und das ist aber für die PS3 auch nicht allzu oft also hier habe ich auch 22 Euro gelegt 22,90 sogar habe ich hier drin mit Versand mit Versand 22,90 weil das ist wirklich schon die PS3 selten dann auch noch in Deutsch ist es und jetzt habe ich die Reihe fast vollständig die 9 fehlt ja noch WRC 9 die ist ja jetzt noch draußen dann gab es für die PS3 Need for Speed Carbon habe ich jetzt endlich auch bekommen und da habe ich 20 bezahlt mit Versand Top Zustand aber Top Zustand mit der mit der deutschen Kennung wirklich in 1A Zustand und dann habe ich das jetzt endlich für die PS3 auch da sehr schön sehr schön weil das ist auch immer was seltenes und da legt man auch noch ein bisschen Geld hin also huch jetzt schmeißen wir alles um hier irgendwie wird das nichts mit der Deko heute das dekoriert sich heute nicht so so habe ich schon noch eine Lücke oh die muss ich ein bisschen aufklappen so habe ich schon eine Lücke haben wir noch und zwar für ein Spiel hier ist noch Silent Hill 3 für die PS2 da habe ich jetzt oh der 1 fehlt mir noch der 1 die gibt es auch für die Playstation 1 aber die kostet momentan noch um die 50 Euro und da klemmt man ehrlich noch ein bisschen da klemmt man ein bisschen das Geld das habe ich gekriegt für jetzt habe ich gar keinen Zettel drinne das musst du noch mal gucken das musst du kleiner mal machen Silent Hill 3 ich glaube 10 wenn ich schwindel noch schlippe zwischen 8 und 10 Euro habe ich bezahlt ich weiß es nicht mehr da müsste ich gar keinen Zettel drinne und in dem anderen oh nee das muss ich noch nachholen weil sonst weiß man das wirklich nicht mehr hier muss ich wirklich mal gucken was ich hier bezahlt habe aber ich glaube die 10 8 bis 10 Euro auch noch alles da alles super Zustand die CD die habe ich mal geguckt ich habe einmal auch das ganze für den PC ja das wird leichte Kratzer ganz leicht für den PC die ganze Serie habe ich mal gefunden gehabt also kann man nicht bezahlen das ist wirklich das ist unmöglich alleine das wenn Silent Hill 3 habe ich gefunden für den PC da wollen sie auch schon um die 50 Euro haben weil es natürlich besser in der Windows XP da kann ich die Qualität ein bisschen anders einstellen wie auf der PS2 aber ob ich sehe Spiele und dann überhaupt so viel Let's Play so viele Spiele wie man da haben da müsste ich den ganzen Tag spielen und da habe ich ja auch nie immer Lust das wisst ihr ja könnte eigentlich könnte ich ohne Ende aufnehmen und hochladen aber was nützt das wer soll das so gucken ja das ist immer so jetzt passt das gerade so hin in mein schönes Bild ich muss mal ein bisschen um die Ecke gucken ja das ist so das Haarschaubild muss ich nochmal grinsen ja meine Lieben da war es das wieder Haufen Spiele wieder Haufen Kohle ausgegeben ja also jetzt ist wirklich langsam das Ende das Ende der Vorhandstange ich kaufe jetzt wirklich nur noch wenn ich was von meinem ähm anderen Krempel hier von meinen Schallplatten und so was ich eben nicht brauche also verkaufe das Geld nehme ich dann dafür um sag ich mal jetzt will ich noch ein bisschen in Spiele investieren und noch ein paar Möbelstücke und so also da muss ich ja mal gucken erstmal ein paar Spiele und ein paar Serien und so weil wie gesagt Flohmarkt ist nicht und vielleicht gehe ich auch noch mal vorne hin dann nächsten Monat wenn man es wieder ein bisschen ein bisschen vom Kostengeld wieder ein bisschen was abzweigt aber ansonsten habe ich jetzt wirklich nur noch die Dinge äh die ich habe und wenn ich mal anderes Zeug ein bisschen verkauft habe ein bisschen so zu sagen hm Krempel gegen Krempel ne so ja weil das geht wirklich das Zeug ins Geld also das ist aber jeder der sammelt weiß das ja das ist immer so ein Ding und man sagt immer nee das jetzt nicht und das machst du später und dann kommt wieder ne Gelegenheit also da sagt man auch manchmal die Schöpfung die dann wieder so sticheln weißt das ist ein bisschen die Gelegenheit ja meine Lieben da wollen wir das ja auch beenden und ganz in die Länge ziehen ja ich hoffe es hat euch wieder ein bisschen gefallen freue mich wie immer nette konstruktive Kommentare Däumchen da oben den einen oder anderen Abonnenten und wenn ihr wissen wollt was man denn ob ich noch was kaufe was ich kaufe wie viel ich kaufe dann macht die Glocke an dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal Tschüss euer Heinz